Ja, da sind wir diesmal zu Gast im Tierheim in Radeberg und suchen ein neues Zuhause, eine neue Familie für Katze Lissi. Das ist die Lissi. Lissi ignoriert uns gerade ein bisschen. Also Lissi ist eine Katze mit Charakter. Sie ist circa neun Jahre alt. Sie ist ein Freigänger. Sie sollte möglichst als Einzelkatze gehalten werden, weil mit anderen Katzen hat sie es nicht so. Und man darf sie nicht bedrängen, weil wenn man sie irgendwie in die Ecke drängt, Sie sehen das, da wackelt jetzt schon ganz aufgeregt der Schwanz, dann kommen auch schnell mal die Pfoten. Aber wenn man sie in Ruhe lässt, wenn man sie kommen lässt, dann ist sie eine ganz nette Katze. Ein kleines Ding hat sie noch, sie hat eine Futtermittelunverträglichkeit, das heißt sie braucht Spezialfutter. Das ist aber nichts Schlimmes, kostet 10, maximal 20 Euro im Monat. Also da muss man einfach drauf achten, dass sie kein anderes Katzenfutter bekommt. Ansonsten sucht die Lissi, wenn sie Lust hat, ein neues Zuhause. Wartet im Tierheim in Radeberg.